da bin ich wieder torsten vom gründerlexikon diesmal ratzfatz schnell das thema nachgelegt und zwar wo texte sind wo man texte braucht ich habe gerade dazu eben das video fertig gemacht da braucht man natürlich auch grafiken da muss es schick sein dann muss es richtig stylisch wirken ich habe hier im gründerlexikon einfach mal gezeigt was wir so als letztes gemacht haben zum gründerseminar hier so einen schönen banner erzeugt das braucht man genau so wie man die texte benötigt um bei google die richtigen besucher zu bekommen so muss man auch den besuchern die man am ende hat dann die richtige botschaft vermitteln und das sieht natürlich mit so einem banner wesentlich besser aus als wenn ich nur text habe und ja am besten vielleicht sogar noch ein video das zählt alles so in diesen bereich rein wo bekommt man das denn nun aber her das ist ja die große frage auch hier wie beim texten wie im letzten video gibt es mehrere möglichkeiten wenn man es selber kann dann hat man natürlich glück und dann hat man sehr viel arbeit gespart und muss nicht suchen nach irgendwelchen leuten oder muss sich mit irgendwelchen portalen rum ärgern aber auch daran bitte denken je größer die firma wird umso mehr aufwand muss betrieben werden umso mehr grafiken müssen erstellt werden und wenn ich das nur alleine mache dann kann ich eben was anderes nicht machen das heißt ich brauche früher oder später einfach hilfe entweder jemanden über eine börse oder über einen direkten kontakt oder ich stelle mir sogar jemanden ein als mini dropper erstmal ich fange einfach mal oben an den punkt selber machen das wären wahrscheinlich die wenigsten können wer es kann soll es einfach mal probieren ich kann es nicht es sieht schrecklich aus ich bin also dann zuerst zu einer auftragsbörse gegangen und das wäre in dem fall designen lassen de recht bekannt deutsch und hier bekommt man dann einen zugang und in dem zugang wird geld aufgeladen und mit dem geld kann man dann ja projekte starten da schreibt man dann also ich brauche hier logo für die und die webseite und dann wird ein preisgeld ausgeschrieben und dann bekommt man dann wie zum beispiel auf dieses logo 136 unterschiedliche vorschläge ich klicke jetzt hier einfach mal drauf das ist also eine seite die ich mal früher hatte und hier sieht man dann auch die ganzen vorschläge einige sind schon wieder raus sortiert worden und hier oben ist dann der gewinner gewesen den habe ich selbst prämiert und dann bekommt man die daten das geld war hinterlegt in diesem portal und der grafiker der designer bekommt das dann über dieses portal auch auf jeden fall gut geschrieben hat den großen vorteil ich bekomme sehr sehr viele vorschläge wie man hier sieht es sind alles unterschiedliche grafiker mit unterschiedlichen begabungen und ich kann mir wirklich aus einer riesigen menge etwas aussuchen letzten endes ist es auch ein vorteil weil ich genau weiß was es kostet denn das wird ja vorher bekannt gegeben beziehungsweise ich gebe das dort an es gibt mindestwert aber ja der ist relativ human gerade bei so logos oder bannern hier sieht man beispielsweise auch in werbebanner zu einem anderen projekt was ich verkauft habe habe ich unterschiedliche varianten dann bekommen und ich habe mir das raus gesucht was für mich gepasst hat und war eine wunderbare abwicklung was da ein bisschen nervig ist bei diesem projekt dass man muss sich erst mal selbst überwinden das da einzupflegen und das briefing durchzuführen und man muss eben alles tippen weil die auftragsbeschreibung dann eben online geht und daher muss man dann eben auch wirklich so ein kleines briefing texten auftragsbeschreibung texten wenn ich jemanden im büro neben mir sitzen habe kann ich sagen pass auf hier du machst jetzt das und das hier auf der webseite da soll das hin du kennst die webseite du hast auch die zugangsdaten dazu und dann gibt er mir ein zwei vorschläge eine stunde später und wenn ich mir davon eins ausgesucht habe dann geht er dort zu meiner webseite meldet sich an und integriert das direkt in das projekt an die stelle wo es hin soll das machen natürlich die leute hiervon designlassen.de nicht im übrigen alle möglichkeiten die ich hier nenne werde ich dann noch mal unter dem video in dieser linkbox noch mal veröffentlichen zum nachlesen zum anklicken zum aus selber ausprobieren welche möglichkeiten habe ich dann noch es gibt noch so ein ähnliches projekt das ist international angelegt das nennt sich fiverr man sieht hier schon auf der seite sehr viele kategorien angefangen von logo und brand über art und illustration web mobile print design und so weiter produkt seo gibt es hier video marketing also man findet nicht nur grafik und design sondern auch alle anderen möglichen dinge die man in der firma irgendwann mal brauchen kann und genau das für ein kleines geld denn international heißt es gibt hier tatsächlich auch grafiker und designer die dann auf sri lanka sitzen und wirklich für ein ganz kleines geld hochwertige arbeit abliefern ich gehe jetzt mal kurz rein denn ich habe hier schon einiges machen lassen insbesondere habe ich hier produkt produkt covers erstellen lassen meine orders hier beispielsweise das letzte das sieht dann so aus dass man hier oben im bereich hat wo man die ganze auftragsbeschreibung abgibt hier drüben gibt es dann ja den preis man sieht also für 16 euro habe ich dann hier mehrere varianten von meinem gründerseminar von meiner produktbox erhalten vorteil kleines geld viele leute die einem helfen können der nachteil ist natürlich auch man muss alles texten man hat keinen persönlichen kontakt und man bekommt unter umständen viele varianten von unterschiedlichen grafikern es ist also selten alles aus einem guss wenn man also eine webseite hat und ein corporate design denkt und man alles wirklich einheitlich haben will ist das schwierig man müsste dann einem einen großauftrag geben wenn man aber nur kleinigkeiten hat mein button dort und ein banner hier vielleicht dort mal eine kleine produktverpackung oder hier eine kleine banderole zu erstellen dann ist das genau richtig wo kann man noch gut aufträge vergeben im bereich grafik und design natürlich über facebook hier habe ich auch eine gruppe rausgesucht die ich benutze und die funktioniert genauso wie vorhin erklärt schon bei den texten man stellt entweder einen konkreten auftrag hier hinein oder leute stellen sich vor und man meldet sich dann bei denen auch hier die möglichkeit direkt kommunizieren telefonieren oder hier schreiben und dann auch auf dauer die wichtigsten und besten leute rausziehen die man dann direkt beauftragt genau das wäre dann der nächste schritt leute sich aufzubauen die man direkt beauftragen kann oder aber über die auftragsbörsen oder über facebook je nachdem was man hier vorhat man kann natürlich auch habe ich hier mal gemacht bei facebook suchen nach grafiker oder grafik und dann bekommt man hier schon einige gruppen angezeigt hier noch mal jobs für grafiker das sind 1500 mitglieder in der waren wir eben das sind 2000 mitglieder und so weiter es ist also schon erheblich was man da suchen kann in dem sinne kann ich meine erfahrungen noch mal kurz zusammenfassen am anfang bitte erst mal selber probieren wenn man überhaupt gar kein geschick hat sollte man es lassen dann lieber auftragsbörsen oder hier diese gruppen bei facebook nutzen später kann man sich dann zunehmend spezialisieren und man kann für unterschiedliche aufgaben unterschiedliche leute direkt einsetzen oder am besten noch jemanden einstellen der dann im büro als minijobber oder teilzeit oder vollzeit auch angestellt solche dinge erledigt am anfang ist es erstmal schwierig was aufzubauen jemanden zu finden man hat viele arbeiten in briefings in auftragsvergabe in korrekturen nacharbeiten das ja das relativiert sich später dann und ja das ziel mein großes ziel ist es dann natürlich jemanden hier im büro einzustellen oder eingestellt zu haben das kann ich auch so noch mal mitgeben das ist dann wirklich wo man ins nachbarbüro geht und sagt so bitte frau müller ich brauche jetzt das und das das ist dann die beste variante in dem sinne probieren sie ruhig mal einige dinge aus klicken sie die links an und melden sich an geben sie mal ein probeauftrag und schauen mal wie sie dafür ihre webseite gute grafiken bekommen oder ansehnliche infoprodukte beziehungsweise ansehnliche infografiken erstellen und was sie sonst alles so noch brauchen machen